Es war einmal ein Chupa und eine Pudi, die ein Radio gründeten mit dem Namen Habofan Radio. Wir werden 10 Jahre alt. Das muss gefeiert werden. Ab dem 27. bis zum 29.11. wird das ganze Wochenende lang gefeiert. Mit vielen DJs und natürlich mit euch. Wir werden viele Events an diesen Tagen einbringen. Es wird viele Überraschungen geben, tolle Badges verspielt und vieles mehr. Alles Gute, Alles Gute, die Hau und Fanzo. Wir hüpfchen auf Banzai, woho. Wir hüpfchen auf Banzai. Wir sagen Danke für 10 Jahre Habofan Radio. Auf weitere 10. Untertitelung des ZDF, 2020